Österreich ist frei! Für so viel Bigotterie, mein Kontinent ist mein Drück. Wir haben gerade kein Glück mit der Politik in der Zweiten Republik. Im Jenseits rennt ein Viegelgrad, ein Ochterkreis geflippt. Wenn dir korruptes Regierungszeit des Üscherreich gibt, die miesen... Politiker sind korrupt, die Zeitungen lügen wie gedruckt. Im Radio fällts an Qualität. Vielleicht hätt' man ja Spaß in einer Diktatur. Alle Staatsbürger werden gleich, es gibt kein Orb, es gibt kein Reich. Geh der Kanzlerscheiß auf Österreich! Kein Vielen Dank.